Ulrich war betroffen. Er war geboren im 17. Jahrhundert. Er war ein bekanntes Komponist. Dieses Musikstück heißt Symfony 9. Scherzer. Ich denke, Sie hören dieses Musikstück. Dieses Musikstück geht an alle Computer wie ein Musikführer. Dieses Komponist. Sie kennen noch den Komponist. Hat mit Ihren... Hat ein Problem mit Ihren... Mit seinen. Mit seinen... ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.